Mykene, das Löwentor Liebe Freunde, ich möchte auch gerne meine Emotionen mit euch teilen, also manchmal ergeht es mir so, wenn ich an besonderen Orten bin, wie jetzt zum Beispiel wieder an diesem besonderen Ort hier in Mykene, ja, dass wirklich die Emotionen in mir hochkommen, also es berührt mich wirklich sehr, hier an diesem Ort zu sein und durch dieses Löwentor zu schreiten und ich bin so unendlich dankbar für Schliemann, dass er für uns, für die Welt diesen Ort entdeckt hat und dass ich in der Lage bin, dass ich so privilegiert bin, mir diesen Ort anschauen zu dürfen. Also ich war und bin immer noch sehr berührt hier. Ja. 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 Auch. Ja. 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 Ich bin Blues